Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung in Blut-City. 6 am 28.12.2023 auf der Kader-Affenhauer-Schwierigkeitsstufe-Schwellen-Standard-Modus und das sind die Regeln, du hast mickrige 300 Affen-Dollar-Startgeld-Einstart-Leben. Das Ganze spielt sich in der mickrigen Runde 4 ab, sieht also sehr einfach aus, ist es aber nicht. Und das Affenwissen ist hier deaktiviert. Okay, los geht's! Das Ganze ist hier gar nicht mal so einfach, aber machbar. Hier ist vor allem die Platzierung wichtig. Also nimm einen Wurffallaffen und platzieren so, dass er mit seinem Einsatzradius an diese Kante, an die äußere Kante von diesem Weg und von diesem Weg hier kommt. Also in etwa so. Dann stellst du hierbei Zielvorgabe auf stärkste Gegner, auch das ist wichtig. Und jetzt musst du dein Spiel langsam laufen lassen. Sobald er das Geld für die Stufe 1-Verbesserung zusammengespart hat, musst du die Verbesserung sofort vornehmen. Das wird in etwa sein, wenn die Blauen Bloons hier sind. So, Stufe 1 ist da auf der mittleren Reihe. So, jetzt ganz wichtig. Sobald die Blauen Bloons seinen Einsatzradius hier verlassen, musst du ihn sofort verkaufen. Da dürfen maximal zwei durch. So, da ist nur noch einer da. Also es hat sehr gut funktioniert. Dann verkaufst du den und platzierst den zweiten Wurffallaffen hier an diese Stelle hin. So, ab jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Er sollte jetzt lockerlässig alle verbliebenen roten Bloons zum Platzen bringen. So, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Haftendollar und einen Reißnagelwerfer mit 0,2,1. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Tschüss. 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 Tschüss.